Lasst mich euch eine Geschichte erzählen über einen sehr, 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 sehr warmen Sommertag. Es war so heiß, dass es einfach unerstehlich war, Videos zu machen. Und ein YouTuber mit einem Hut konnte einfach nichts anderes machen, als sich zu überlegen, wie er überleben sollte. Sein einziges Utensil dabei war dieser Ventilator. Erster Link in der Videobeschreibung. One Concept.